Musik Hey Leute, willkommen zurück in Wikis Kitchen Und heute mit was, was ich euch ja schon vor ein paar Wochen angekündigt habe Und zwar beginnen heute ja die Cheat Meals Und den Anfang macht die 6K Cheat Pizza Ja, was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt mal hier Ja Leute, also den Anfang macht unser Teig Dafür braucht ihr eine Tasse Mehl Ein Ei Und 200 Gramm von der Nutella So, das Ganze einfach hier in die Schüssel Und ja, dann kann es abgehen So, wie gesagt, 200 Gramm von der Nutella So Leute, und jetzt kann das Ganze einfach hier drin vermischt werden So Leute, sieht ja schon mal richtig geil aus Schaut euch das mal an Und jetzt kommt das Ganze einfach auf euer Blech Und dann für 20 Minuten bei Ober-Unterhitze 230 Grad in den Ofen So Leute Ich habe jetzt ein bisschen Mehl drauf verteilt Damit sich der Teig am Ende besser löst Und dann nehmt ihr am besten hier so eine Kuchenschaufel oder so Um den Teig da raus zu kriegen Ja Leute, so Wenn ihr den Teig dann ausgerollt habt Dann könnt ihr da mit der Gabel einfach so ein paar Löcher reinmachen Damit da Luft rein kann Und wie gesagt, dann kann die ganze Pizza jetzt schon im Ofen Die wird erst belegt, wenn sie draußen ist So viel zu Carbs und Fette und alles nach 18 Uhr Okay Leute, in der Zwischenzeit könnt ihr dann einfach das ganze Zeit, was bei euch drauf kommt Schon mal fertig machen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal So Leute Alles fertig geschnitten Jetzt ist die Pertpizza auch fertig Ist ein bisschen leicht dunkel geworden Das liegt nicht nur am Nutella Aber es riecht richtig krass So Leute Jetzt haben wir hier diese super Dickmanns Die werden einmal in der Mitte halbiert Und dann verteilt ihr die einfach hier auf eurer Pizza Und drückt ihr am Ende platt Alles klar Leute So der Tomatensoßenersatz ist jetzt hier fertig Die Dickmanns sind verteilt Und jetzt nehmt ihr einfach all eure Zutaten und verteilt die richtig schön Ich fange hier jetzt an mit den Oreo-Keksen Ich fange dir sicher zusammen Bis zum nächsten Mal Los 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 Wir haben die Pizza fertig belegt, jetzt fehlt nur noch eins, Karamellsoße. Ja Leute, ihr müsst da wirklich nicht sparen, also ich meine, die paar Karabs, die machen echt nichts aus, egal um welche Uhrzeit. So Leute, das ist also die 6K Cheat Pizza. Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das ist der absolute Shit. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall gleich mal reinziehen mit dem Maxi zusammen. Nun, jetzt sage ich euch mal noch was zu den Nährwerten. Kalorien ist ja klar, 6K, 6000 Kalorien. Wir haben hier 93 Gramm Eiweiß, 875 Gramm Kohlenhydrate und 232 Gramm Fett. Leute, das, das ist ein Cheat Meal. Jetzt mal ganz im Ernst, vergesst einen Tag voll mit Cheaten, vergesst Hochzeitstorn, vergesst alles. Das ist ein richtig krasser Cheat, für den es sich auch lohnt zu cheaten. Leute, wir haben es gerade mit einem Pizzaroller probiert zu schneiden, der kommt da nicht durch. Ich nehme jetzt mal mein Messer. Alter, Leute, ich bin gespannt. Krass. So, Leute, das war jetzt das erste Cheat Meal Video. Richtig krass. Es werden auf jeden Fall noch richtig krasse Cheat Meal Rezepte folgen. Das war nicht das Letzte. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Teilt das Video, damit es mehr Leute erreicht, damit mehr Leute so ein krasses Cheat Meal sich gönnen können. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Hey, Leute, guten Morgen. Ich habe mir gedacht, heute filme ich mal wieder einen Full Day of Eating für euch ab. Genauer gesagt, einen Full Day of Biking. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.